Ja, ich weiß. Umbrach. Man sieht doch nicht, aber da geht alle durch nach Hause. Also so eine Stunde ungefähr. Muss keiner ab? Super. Auf geht's. Auf geht's. Jetzt geht die Sonne ab. Komm, Teddy. Oma, komm rein. Du bist toll. Guck mal da. Ja, du kleine Marfels. Flüchtigen, hm?